Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Auch heuer wieder viele Besucher beim Veitscher Kirtag. Winterreifenpflicht ab 1. November bringt viele ins Stress. Und erster Sportstammtisch der Fusionsgemeinden Brokandamur-Obereich. Kirtage haben zumeist Tradition und gehören zur Kultur einer Region oder besser gesagt zur Volkskultur. Ein Beispiel dafür ist der Veitscher Kirtag. Wetter und Stimmung haben gepasst. Gebrauchsartikel wurden immer wieder bestaunt und sogar zum Verkaufsschlager. Außerdem ist dieser Kirtag auch ein Ort der Begegnung und der Generationen. Und alle haben ihren Spaß. Klein und groß, jung und alt. Der Kirtag ist zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Und wir von der Feuerwehr machen da immer den Dienst für den Parkplatz, weil es sind immer so viele Autos da und es ist ein Trubel immer. Und wir müssen das immer ordnen. Ihr seid ja hier Aussteller am Veitscher Kirtag. Von wo kommt ihr her? Wir stammen aus Tschechei, aus Prag, aber seit 50 Jahren bin ich schon in Wien. Und eure Stadt besuche ich schon mit dem schönen Kirtag, was Sie haben dort seit 35 Jahren. Ich komme aus Wien. Ich habe tolles getrocknete Früchte, ungezuckerte und die beste Oliven aus Palermo, die beste italienische, marokkanische, griechische. Wir haben tolle Sachen, ungezuckerte, etwas besonders gut. Wie gefällt Ihnen der Kirtag und was gibt Ihnen das für einen Anlass hier? Das ist ein relativ großer Kirtag mit vieler Auswahl. Und von mir noch in der Nähe, also nicht weit zum Fahren für mich. Mit einer halben Stunde bin ich da. Also uns gefällt er recht gut. Wir waren schon ein bisschen mit der Kleinen ein bisschen Autofahren. Und das sind auch die Noschsachen und die guten Schaumrollen. Und das Ganze drumherum. Das ist ganz lieb. Wir suchen da immer nichts Bestimmtes, aber wir kommen fast alle Jahre da rein, weil es wunderschön ist, Spaziergang. Es ist klasse, wenn wir da reinigen können. Wir kommen schon ewig daher, weil ich bin ja eine geborene Mitterdörflerin. Darum kann ich den Falschaketa seit der Kindheit. Der Herbst ist die Jahreszeit, wo neben angenehmen Tagen und Wochen auch die Stunde für den Autofahrer schlägt. Urplötzlich bricht der Winter herein. Und jetzt heißt es, gerüstet zu sein für die kommenden Wochen und Monate. Winter aus und Umrüstung sind an der Tagesordnung. Wir haben beim ÖAMTC in Brucker-Lamur nachgefragt und vieles ist dem herkömmlichen Autofahrer noch gar nicht bewusst. Es ist natürlich so, dass man rechtzeitig schauen sollte. Jetzt ist es natürlich so, dass es sehr überraschend gekommen ist innerhalb von ein paar Tagen. Aber natürlich auch nur in höher gelegenen Straßen. Aber ab 1. November haben wir die Winterreifenpflicht wieder. Da sollte jeder die Winterreifen drauf haben. Und natürlich auch Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage gefüllt haben und den Kühlerfrostschutz geprüft haben und das Auto winterfit gemacht haben. Winterfit, ist das alles, was man dazu braucht, was Sie jetzt aufgezählt haben? Oder gibt es da noch Besonderheiten, wo man sagt, auf das sollte man achten? Man sollte natürlich auch darauf achten, wenn ich irgendwo Skifahren fahre oder über Bässe fahre, damit ich auch Schneeketten mithabe. Weil es könnte überraschend schneien, dass irgendwo eine Kettenpflicht ausgeschildert ist. Und natürlich das Fahrzeug aus ganz durchschauen. Nicht nur die Flüssigkeiten, sondern auch den Allgemeinzustand. Schlösserölen, Gummidichtungen warten, damit die nicht festkleben. Neben der wichtigen Winterüberprüfung gehören noch andere Überprüfungen, wie zum Beispiel die der Autoapotheke. Man muss ein Warndreieck und eine Apotheke mitführen. Und die Autoapotheke hat ein Ablaufdatum, zumindest nicht die Apotheke, sondern die sterilen Sachen, die da drinnen verbockt sind. Und die halten nur fünf Jahre. Gibt es da gewisse Vorschriften, was genau in dieser Autoapotheke sein muss? Ja, da ist eine Liste drin. Laut dem Straßenverkehrsgesetz ist eine Liste in der Apotheke drinnen, was auch in deinem Beipackzettel mehr oder weniger. Und anhand dieser Liste muss sie auch vollständig sein. Ist es Pflicht, diese Warnwesten mitzuhaben? Oder ist das eine Sache, wo man sagt, ich habe Holtane und der hat keine? Es ist vorgeschrieben, dass man auf Autobahnen eine Warnweste bei einer Banne trägt. Sprich, ich muss auch eine mitführen zur Eigensicherheit. Speziell jetzt, es wird früh finster, es ist nass, es ist regnerisch und schlechte Sicht. Es ist ein Eigenschutz. Man wird einfach viel früher gesehen mit diesen reflektierenden Streifen. Ich würde sie auch in der Stadt tragen, weil die Straßenbeleuchtungen sind nicht immer so hell, dass man gleich was erkennt. Man hat oft dunkle Kleidung an und es ist für die Autofahrer natürlich dann schwer zu erkennen, wenn da jemand steht. Und zum Eigenschutz würde ich es auf jeden Fall verwenden. Sehen und gesehen werden sind besondere Sicherheitspunkte. Wenn die Stadt Bruck und die Marktgemeinde Oberaich ab dem kommenden Jahr zu einer Stadt mit 16.000 Einwohnern fusionieren, wächst auch die Sportfamilie zusammen. Um ein gegenseitiges Kennenlernen der Funktionäre zu ermöglichen und auch die künftigen Fördermodalitäten vorzustellen, gab es vor kurzem den Sportstammtisch im Segafredo in Bruck an der Mur. Naja, es ist so, dass wir jetzt in Bruck ja künftig gemeinsam mit Oberaich eine Stadt mit 16.000 Einwohnern bilden und der Sport wird eine wesentliche Rolle dabei spielen. Wir haben über 60 Sportvereine, die hier eine wichtige Säule im gesellschaftlichen Leben spielen werden. Heute ist der erste Schritt geglückt, glaube ich. Wir haben sehr viele Vereinsvertreter aus beiden Gemeinden eingeladen. Es sind viele gekommen und es konnten hier jetzt einmal Gerüchte, etwaige Kürzungen und so weiter ausgeräumt werden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir offen aufeinander zugehen und dann eine gemeinsame, tolle Sportstadt bilden. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man sich eine Erfahrung austauscht. Und was mir besonders freut, wie gesagt, wir begehen uns jetzt in eine neue Ära. Das heißt, wir haben größere Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, dass die Vereine sich untereinander sportlich austauschen. Nicht nur mit Jugendspielern oder mit Kampfmannschaftsspielern, sondern auch die Ideen sich austauschen. Und ich denke, ein Start mit 16.000 Einwohnern, mit 16.000 Vereinen, glaube ich, hat schon einen Zukunftswert für unsere Jugend. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Höchst erfreut war man auch bei den Organisatoren dieses Stammtisches über die rege Beteiligung. Ja, das zeigt auch, dass es auch den Vereinen natürlich wichtig ist. Wissen, wie schaut die Zukunft dann natürlich aus ab dem nächsten Jahr. Wichtig ist, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Vereine aufgelöst werden sollten oder was immer. Es ist auch die finanzielle Sicherheit gegeben. Die Sportförderung ist eine wichtige Basis, dass Vereine natürlich entsprechend organisiert werden können. Und hier geht es in erster Linie und sehr wichtig natürlich in Richtung Jugendförderung. Und da ist die Stadt natürlich sehr, sehr gerne bereit, auch in Zukunft unsere 60 Sportvereine entsprechend zu unterstützen. Brugs Sportreferent Christian Mayer erläuterte die genauen Fördermodalitäten, die dann auch ab 2015 in der neuen Stadt zum Tragen kommen. Da mit Anfang des kommenden Jahres ein Regierungskommissär seine Arbeit aufnimmt, gilt es, Förderungen noch heuer in den jeweiligen Gemeinderäten zu beschließen. Frist für die Einreichung von Förderansuchen ist der 20. November. Auch von Seiten der Sportvereine zeigte man sich erfreut über diesen ersten Sportstammtisch. Ja, ich muss sagen, eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich war überrascht für die hohen Teilnehmerzahlen natürlich. Es ist sehr interessant, welche Vereine es Brug und die weitere Folge an Oberreich gibt. Und ich glaube, dass man in Zukunft aus dem Sportstammtisch eine lässige Veranstaltung machen kann, wo man sich informativ austauschen kann und auch andere Vereine gut kennenlernen kann. Ja, wir sind da heute zusammengekommen, um einmal die Thematik zu besprechen, Fusion, Brug und Oberreich, wie es dann in den Sportvereinen weitergeht. Die Herren Bürgermeister haben uns das jetzt so weit einmal rübergebracht und prinzipiell wird sich, denke ich, im Vereinswesen nicht sehr viel ändern. Als Sportreferent kann ich nur sagen, der Sport wird uns immer am Herzen liegen und die Sportförderungen sind die Basis für die Vereine. Und aus diesem Grund bin ich natürlich der Vertreter der Vereine im Gemeinderat und ich bin sehr stark dafür, dass diese Förderungen in die Höhe gehen und nicht gekürzt werden. Und das ist eigentlich meine Aufgabe als Sportreferent. Im ersten Jahr gibt es überhaupt keine Kürzungen. Ich kann aber versprechen, und das haben auch die Bürgermeister gesagt, es wird auch in Zukunft kein Verein zu kurz kommen. Es wird kein Verein aufgelöst. Im Gegenteil, die Sportstadt Brug wächst und wir werden alles daran setzen, dass die Vereine auch in Zukunft in dieser Form erhalten bleiben. Vereine sind für das gesellschaftliche Leben in einer Stadt enorm wichtig. Und in Brug-Handamur ist man auch nach der Fusion mit Oberreich bestens aufgestellt. Heute war es zunächst wieder nebelig. Erst am späten Vormittag lichteten sich die Nebelfelder und es gab wieder viel Sonne bei Maximalwerten um die 12 Grad. Morgen Donnerstag kommen von Südwesten Wolken auf uns zu und die Nebelfelder werden zäher. Vom Enstal bis ins Maria-Zeller-Land kann es auch leicht regnen. Die Höchstwerte liegen morgen bei maximal 15 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017